So, gehen wir mal nach oben. Farbeimer, gucken. Das, 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 das und das. Tun wir schon mal rein, dann wollte ich auch die Kohle haben. Futterdruck schon gemacht, habe ich gerade erwähnt, den hatte ich mal wieder vergessen, typisch. Du könntest Spirit und Rain nehmen und sie anmalen, aber das weißt du ja. Ja, das weiß ich, stimmt. Ich habe hier diese, 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 wie heißen die Dinger denn? Ja, diese vorangemalten Dinger, Skins, Mann. Für, äh, Griffin, äh, für, für Spirit und Rain, habe ich. Da muss man nur alle Farben zusammensammeln und dann kann man die Viecher so anmalen, diese Pferde. Aber wenn ich da Farben brauche, wie ich Schießpulver brauche, weiß ich nicht, ob ich das mache. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. So, Kohle haben wir auch. Den Rest darfst du noch durchbrutzeln. Szt. So. Da hatte ich nichts mehr, ne? Ne, gut. Okay, also. Da reinschmeißen, Kohle. So. Jetzt kann man schon fast alle Farben machen, bis auf königliche Färbung. Dann haben wir hier noch Himmelblau und, was ist das, Silber und Pergament und Wald. Und dann haben wir hier noch Mandarine und Hellbraun. Das ist eine Schießpulverfarbe. Was braucht man denn für Schießpulver? Ich habe mal so blöd gefragt. Können wir eigentlich machen. Also zumindest Rain. Die finde ich toll hübsch. Schauen. Schießpulver. Was braucht man denn? Zündpulver und Holzkohle. Ja, da brauchen wir ja noch mehr Holzkohle. Wobei der Grill ist ja relativ schnell, ne? Haben wir denn noch irgendwo Steine? Stein. Ja, ein paar haben wir noch. Nehmen wir hier mal so 200. Pul. Und dann bräuchte ich noch... Noch... Na, 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 na. Sind Pulver nicht? Ja, schon sind Pulver, aber... Wer ist mit vielen Tippen? Feuerstein. Beides unter F? Nee. 82. Viel ist das aber nicht mehr. Na, 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 na So, und da rein. Das und dann machen wir das. Okay. Das wird ja wohl reichen. So, nehmen wir mit und den Rest davon auch. Gut, also Farben. Dann muss ich aber noch aufschreiben, was für Farben ich brauche dafür. Ob ich habe mich halt in den richtigen Ort lang geschmissen. Na, mal gucken. Gucken wir mal. Ja, doch, jetzt haben wir alle. Ich gucke jetzt mal nach dem Eko. Und wisst, welches können wir denn oben färben? Das hier. Das sieht aber auch hübsch aus. Das hier. Sieht auch hübsch aus. Das sieht aber auch interessant aus. Egal. Wir nehmen jetzt mal das. Gucken wir mal, wie geht denn das? Pinsel. Ich brauche einen Pinsel. Was brauche ich denn für einen Pinsel? Pinz. Pinz. Holz. Achso, warte mal. Kann ich doch direkt hier machen, ne? Holz habe ich nicht. Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Da, Holz. Guck mal hier. Gib mir mal so 50 Stück Pullen, damit ich wenigstens mal so Grundstockinventar habe. So, jetzt brauche ich den Pinsel. Den da. Gut. Wollen wir mal zwei. Oder drei. Ja, das reicht aber. Okay. Ich soll mal gucken, ob ich das kann. Ich weiß das nicht. Ich habe die Skins runtergeladen. Was ist denn das? Lade Bemalung des gleichen Typs. Bemalung speichern. Zeichnung löschen. Kamera zurücksetzen. Okay, dann müsste ich ja das machen. Ja, guck mal hier. Da ist es doch. Äh, ist das eigentlich ein Mädchen oder ein Junge, was ich da bemalen will? Du bist ein Mädchen. Dann bist du auf jeden Fall schon mal die Rain, ne? Okay, also sechs. Nochmal. Oh. Entschuldigung. 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 Ich wollte dir nicht wehtun. Das ist die Rain. Also, was brauchst du denn? Ich schreib das mal auf. Äh, Pergament. Als hätte ich es geahnt, ne? Pergament. Ich brauche Silber. Ich brauche Mandarinen. Und ich brauche Weiß. Alter, pass auf. Ich habe zu wenig Stimberries oder so. Na gut, gucken wir mal. Schauen wir mal. Hm, 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 hm. Äh, ich habe ich verlaufen. Da muss ich doch hin. So. Okay, wir brauchen Pergament. Pergament, Pergament, das war das hier, ne? Ne, das ist hellbraun. Das ist Pergament. Reicht da einmal? Gute Frage. Pergament war am meisten, ne? Ich mache mal zweimal. So. Dann haben wir Silber brauchen wir. Das war Himmelblau und das ist Silber. Wir brauchen auch zwei. Dann brauche ich Mandarinen. Das war dieses hier. Und ich brauche Weiß. Gut. So, dann machen wir mal Honigmelone. Wie will ich denn mal einen Greifensattel haben? Ähm, schwarz. Also schwarz bauen wir auf jeden Fall. Und, äh, rot. Rot mag ich. Und wir können mal Honigmelone bauen. Das ist auch schön. Und, äh, Frauen beim Einkaufen, ne? Pink? Nein. Blau? Willst du ja nicht Ziegel? Guck mal, Ziegel will ich noch haben. So, jetzt packen wir das mal ein. Tö, 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 tö. Was Frauen nicht immer alles rumfärben müssen. Ja, ist doch witzig. Da kommen immer ganz lustige Sachen daraus. So, pass mal auf. Hier so. Zack. Okay. Laden. Rain. Habe ich. Und jetzt? Doppelklick? Nein. Ladebemalung. Umbenennen. Bemalung löschen. Ladebemalung. Oh. 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 Ich habe viel zu viel Farbe gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt bin ich gespannt. Okay. Fertig? Kann ich jetzt das zumachen? Das ist ja fast hübsch. Oh. Hey. Das ist ja fast hübsch. Das ist die Reine, ne? Okay. Prima. So, und jetzt wollten wir den Greifensattel anmalen, ne? Nicht ablenken lassen. Und dann wollten wir noch Futterdruck bauen. Ich bin hier wieder beschäftigt. Ja, ja. So. Hier. Guck mal. Greifensattel. Greifensattel. Tup, tup, tup. F. So. Zeichens. Möchte ich den jetzt da runternehmen und dann bemalen? Oder wie geht das? Ja. Sieht so aus. Ähm. Region 1 ist der. Äh. Ich wollte aber... Was? Ich will den Sattel bemalen, nicht den Helm. Kann ich das umschalten hier irgendwie? Ich will den Sattel auch bemalen. Äh. Okay. Man kann scheinbar nur den Helm bemalen. Und ich bin wieder zu dusselig. Ist auch nichts Neues. In schwarz. Naja. Das sieht aber alles so ein bisschen... Kömisch aus. Wie wird er denn hier mit dem hier? Ich meine, es ist ja schließlich auch ein weißer Greif. Was ist da mit? Das macht man rot. Pass auf. Jetzt macht er den Rest am Sattel oder so. Und jetzt zeigt er nichts mehr an. Nun denn. Und? Gucken. Gucken. Boah, da hat sich jetzt voll viel getan. Doch, da oben. Guck mal am Sattel da oben. Der Bogen ist weiß. Äh, ist rot. Und der Sattel ist weiß. Sieht nur jetzt so schlecht, ne? Hallo, Ranto. Ich hatte mal einen Flipper in Ferrari Farben inklusiv Pferd angemalt. Es sah lustig aus, wenn du durchs Wasser schoss. Ja, glaub ich gern. Okay, äh, ich mach mal hier, warte mal. Ich will das mal sehen. Set Time of Day. Guck mal, grad weg. Ich möchte gerne mal gucken, im Hellen, wie das aussieht. Ja, guck mal, jetzt hat er da die Ärmchen hat er in rot. Den Helm hat er in schmutzig weiß. In Möchtegern weiß. Und da oben der Sattel, der ist, hat einen roten Bügel. Und ist auch weiß. Guck mal. Naja, so fast weiß. Deckweiß. Ich finde das so schade, dass das nicht richtig deckt hier. Ja doch, ist aber ganz nett. Also man kann ihn anmalen. Man sieht nur nicht, was man da malt. Ein bisschen Kaffee trinken hier. Tja, ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn man den Sattel abzieht, sieht er ja, greift definitiv majestätischer aus, finde ich. Das ist wie, wenn du eine Riesenmähne auf den Kopf hast und ziehst eine Mütze an. Sieht immer irgendwie komisch aus. Okay, Pinsel kannst du jetzt mal weglegen. Die haben genug gepinselt jetzt. Sollen wir jetzt Böhrit noch anmalen? Nee, doch. Die ist echt schön. Also, der Skin von Rain finde ich hübsch. Den Skin von der Rain finde ich echt hübsch. Äh. Onkel Düngibert, was machst du da hinten? Kannst du mal da bitte rauskommen? Hopp. Gut. Crazy Frosch. Ja, bin ich. Bin ich. Das hier ist ein... Ist kein Server. Das hier ist jetzt ein Solospiel. Ich bin umgezogen. So, was sagt denn hier das Holz? Holz ist durch. Dann können wir da Dinge noch ausmachen. Dann schmeißen wir das da mal da rein. So. Gut. Dann schmeißen wir die Farben in den Farbeimer. So, was hat man denn noch vor? Was wollte man denn jetzt machen? Wisst ihr das noch? Ähm, was war das noch? Was wollten wir? Futtertruck wollten wir, glaube ich, ne? Futtertruck. Brauchten wir dafür nicht noch... Metall? War das hier drin oder in dem Espress-Tisch? Das weiß ich jetzt nicht. Da nicht. Da. Da war noch Metall. Bloßes Metall war da drin. Ah, hier. Wir brauchen noch einmal Christen... Ne, warte. Nicht einmal. Ich glaube, für das Omnicolar braucht man 10. Äh, ich brauche aber noch Metall. Oh, Metall. Da. So. Okay. Und noch zu essen, fürchte ich. Lass mich wieder ablenken. Wir müssen erst was essen hier. So. Gib mal her. Tundun. ein, zwei, drei, vier, fünf essen. Nur einen mehr. So. Was wollten wir machen? Krogplots und Pflanzen. Genau, die Krogplots. Die guten alten Krogplots. Du verhungerst. Bitte was essen. Hab ich. Hab ich. Hab ich gemacht. Ich hab auf meinen Magen gehört. Und weißt du, warte, ich kann schon wieder leveln. Ich geb mir dann mal hier nochmal was Resistenz. Kann man im Sumpf nicht genug haben. Leben und Resistenz. So. Du bist in Ordnung. Wir gucken mal grad. Ja. Streamverzögerung. Richtig. Ungefähr eine Minute Zeit versetzt. Im S-Plus-Tisch war auch noch was zu futtern. Oh, das kann sein. Hab ich mal wieder nicht gesehen. Obwohl ich meine Brille anhab. So. Also. Wir brauchen einen S-Plus. Ne. Ne. Ich möchte auf keinen Fall den S-Plus-Futterdruck bauen. Ich will den normalen. Weil hat einen ganz besonderen Grund. Einen ganz bestimmten Grund. Oh, wir brauchen wieder Holz. Nicht ablenken lassen. Was wollte ich jetzt sagen? So. Genau. Ich will nicht den S-Plus-Futterdruck bauen. Denn wenn ich den hier aufstelle und dann in der Umgebung farme, Sachen abfarme, spawnen die nicht mehr nach. Und zwar in einem ziemlich großen Umkreis. Das wäre doof. Das kann ich nicht brauchen. Deswegen nehme ich den normalen. So. Holz wollte ich holen jetzt. Hier. Gib mir mal Holz. Hab ich nicht noch irgendwo was rumfliegen? Ah ja. Hier. Guck mal. Äh. So 100. Hier, warte mal. Ich hol mal 200. Ich hab vergessen, wie viel ich brauche. Ein Futterdruck, bitte. So 120 waren es sogar. Ich wieder, ne? So. Jetzt gibt's erst mal einen Futternopf. Den stellen wir mal nach hier. Da stand der nämlich auf dem Server auch. Und jetzt stellen wir den da hin. So. So ungefähr. Das sieht doch toll aus. Das ist ja fast wie... Jetzt müssten wir eigentlich nur ein paar Blümchen da draufsetzen. Nee. So. Okay. Was haben wir hier? Haben wir noch was zu essen? Für die Viecher? Nö. Stimmt. Ich hab die Bärchen ja da hinten reingeschmissen. Wir hatten ja hier Farben gemacht. Ach, das ist Omni. Genau. Gut. Danke. Genau. Das brauchen wir. Das schmeißen wir mal alles mal da rein. Gut. Und dann brauchen wir noch Fleisch. Für die Viecher. Für die Fleischviecher. So. Können wir mal Fleisch. Da hatten wir doch Fleisch. Nehmen wir alles oder? Boah. Nicht alles. So viel brauchen wir gar nicht. Die Hälfte. Hallo? Die Hälfte habe ich gesagt. Danke. Gut. Das kommt da rein. Dann kriegen die erstmal was zu essen hier. Die reißen sich das da bestimmt drum. Oh. Was haben die denn Hunger? Jetzt kämpfen die hier und essen. Hört ihr das? Die Gelben mögen die am liebsten, ha? Ich hatte immer gedacht, das wären die Lilanen. Achso, die habe ich gar nicht reingeschmissen, ne? Hatten wir die... Ne, da hatten wir die nicht. Mein Pferd hat man noch welche. Hier, in dem hier. Du hattest noch. So, pass mal auf. Hier. Zack. Und, was esst ihr jetzt lieber? Immer noch die Gelben. Interessant. Die hier schmeißen wir in den Kühlschrank. Zusammen mit dem Gammelfleisch, damit wir wieder Töpfchen machen können. So. Das und das. Und dann gibt es hier bald wieder Töpfchen. Da haben wir noch Gammelfleisch. Und die verderben auch. Und die Blümchen auch. Gut. Nicht gut, aber die gehören in den Schrank halt. So. Dann wollten wir Sämchen holen. Sämchen. Was haben wir denn da? Stimberry. Will ich nicht. Mais. Mais können wir anpflanzen. Tintoberry. Azulberry. Majorberry. Die Dinger. Ja, aber dafür müsste ich ja extra Crop-Plots aufstellen. Ich möchte aber so gerne Narko-Berries haben und Zitronen und so ein Krempel. Vielleicht sollten wir einfach mal rüber auf die Insel nochmal gehen. Und dann nochmal ein bisschen abfarmen. Du kommst da rein. Was mache ich eigentlich mit dem ganzen Müll? Ich meine hier so Reckskin und so ein Krempel. Das kommt schon mal weg. Ist das fertig oder? Ja, das ist fertig. Rüstung. 57,6. Aber ich habe jetzt im Moment Metallsachen an. Ach, ich mache es halt mal da rein. Das und das. Und das und das. Und das und das. Na, hier suche ich wieder alles. Ich kenne mich doch. Das. Wo habe ich den denn her? Hm. Oh. Eine Granate. Können wir euch was sagen? Die habe ich noch nie benutzt. Hi, Mixer. Ach, das Omni wollte man bauen. Das Omni. Das Omni. Omni. Herstellung. Omni. 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 Omni Remote. Was ist das denn? Wieso habe ich kein Omni-Colar? Warte mal, warte mal. Irgendwie komisch. Wieso? Wieso denn los? Sind die denn? Müsste noch hier irgendwo sein. Moment mal. Da. Das ist das Rote. Selfie-Camp. Door-Timer. Zoom in, zoom out. Hm. Das kannst du. Dragbody. Dragbody. Selfie-Camp. Reload. Das ist das aber nicht. Das ist nicht das, was ich habe. Ich will das Blaue davon. Habe ich das nicht gelernt? Hi, wo ist es denn? Ja, genau. Kartoffeln, Mais und Zitrone will ich haben. Das sind schon die, nur mit Remote-Funktion. Okay. Ich dachte echt, die hatten doch immer dieses Blaue. Und das gibt es jetzt nicht mehr? Aber ich will mit der N-Taste gucken, wie viel Top-Order das Vieh noch hat. Geht das mit den andersfarbigen auch? Oh, Nicola. R, B. Rechts-Maus-Button. Hm. Sonst würde ich das hier bauen. Das ist lila, ne? Sonst sehe ich nämlich hier nichts. Oh, Fallen. Da war doch was. Wir kommen hier irgendwie nie zum Bauen, wenn wir in der Ruine sind. Also beim Livestream irgendwie nicht. Funktioniert nicht. Dann sind wir immer irgendwann am Zähmen und am, weiß ich nicht, zusammenbrutzeln, anmalen. Action. Wollen wir mal bauen. Meine Pläne sind ja großartig, aber, äh, wenn ich die nicht umsetze, ist das auch doof. Ach, ich habe gar keine Punkte. Ich habe minus 1778. Was sagt der denn? Komisch. Achso, stimmt. Ich hatte eine Mod drauf vorher. Die, äh, wie heißt die denn nochmal? Die einem automatisch die Sachen gibt, wenn man das Level erreicht. Nicht vergessen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das Rote. Ja, genau. Bärenfalle für Theris, hat man überlegt, ne? Und Möhren für Ekothemen. Karotten. Ja, irgendwie sowas hätte ich dann schon gern. Mal gerade was Kaffee trinken. So. Okay, dann bauen wir mal das Rote und gucken, ob das das auch kann. Das Rote Omni, da fehlt aber, glaube ich, noch irgendwas, ne? Muss ich mir gleich ins Inventar ziehen noch. Wo ist es denn? Ach komm, dann tipps doch ein. Omni. Das oder das? Hm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich brauche eh noch Kristalle. Gib mir mal Kristalle. Ein bisschen habe ich doch. Weiß ich, habe ich sogar ganz viel. Ah, zehn Stück, ne? Und dann, da nehmen wir das. Okay. Dann probieren wir das mal aus. So. Wieso haben wir hier einen Pinsel? Weiß ich nicht. Dann brauchen wir noch... Hallo? Hallo? Danke. Nicht abkacken hier. Keinen Fall abstürzen. Ich will noch ein bisschen spielen. Nehmen wir ein paar Pfeile mit. Und laden die in das gute Gewehr. Und das andere Gewehr schmeißen wir da hin. Und das machen wir da hin. Du dürftest nur nachher beim Sam nicht verwechseln, ne? Hm. Das wäre der Gag. So. Gut. Bärenfallen. So, Bärenfallen war da noch. Herstellung. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal nach Falle. Falle? Tja. Gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht. Da, 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 da. Wer heißen die Dinger denn? Oh, da hab ich die auch wieder nicht gelernt. Dann geht das nämlich gar nicht, weil ich ja gar keine Punkte hab zum Lernen. Sonst muss es ohne gehen. Wo sind die Fallen? Zum Lernen hab ich auch nicht gelernt. Wo sind denn die Fallen? Könntest du ja eigentlich auch mal oben eintippen, ne? Das geht viel schneller. Ja, aber mich interessiert gleichzeitig, was ich noch alles nicht gelernt hab. Ach, guck mal, hier, Bärenfallen hab ich nicht gelernt. Dann muss es ohne gehen.